So hallo und willkommen zu der neuen Folge Minecraft Käfig hier Mit dem Float, der gerade relativ viele Fackeln platziert, dass das ganze Eis schmilzt Und genau, ich habe mir jetzt irgendwie... Schau mal! Hallo? Ah ja? Wir können den Dings, wir können den Bogen schon mal Schlitter! Was ist meins? Eiger hat mir Ich habe auch einen Eiger bekommen Bogen! Ja, Bogen! Genau, wer den Folge der Folge nicht gesehen hat, noch irgendwie ein Loch und Bett oder sowas Dings, ähm Gefunden, du triffst dich! Danke! Und ich habe hier noch ein bisserl Enchanted Ich habe ein bisserl Enchanted, also ich habe ein bisserl Enchanted Ein bisserl gefarmt Und da haben wir jetzt... Bisschen Nether ausgeschaltet am Server Habe ich jetzt wirklich? Ähm, so, die Nether ist jetzt eingestellt Die Nether, der Nether ist jetzt eingestellt Äh, hier Flo... Äh, warte, ich geh mal hier rein Äh, warte, was soll ich hier von... Okay, äh, genau, das wollte ich auch sagen, hier, ähm Wir haben... Au! Wir haben... Ich habe hier noch ein bisserl gefarmt, hier das sind ja Pfff! Hauptsache, ich bin in der Nether Ich habe eine Atom... Ich habe eine Atom- Ja, okay, 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 alles gut, alles gut He! Feuerwehr! Wuuu! Oh nein! Test, test, test! Der, 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 der bockt! Sponge? Yeah! Also richtig die, der da... Ich pracöse! Ich alreadys'elsekin! Ich habe ein Sponge! Chee! Was, hm? Hauptsache, nimmst du dirjam Lifberg. Oh, schlfacke Pikman! Ich brauche übel Paar cham! Okay. Ich kann nicht laufen. Ich packe! Ich packe! Das. Okay, ich habe recauna. welt locken das sind alle durch ein goldschwert barone ist nix bei mir okay ich hab ich hab magenta ich habe richtig viele farben gekriegt ein gast ist in der decke glaubst wir müssen irgendwo hin oder runter oder rauf 100% rauf und runter gleichzeitig das ist die kuh ich habe fast runterflogen bombkin bombkin und clay und klee ich komme noch runter ich weiß nicht wir müssen in gas re feiern leute ist froh was wir wollen wir feiern nicht gehen nein wir haben so floh war es gerade ein schiefen weg gehören wir haben return to sender hat noch eine decke ist noch ein spanner ok dann ist gut ich stirb gerade fast kannst du bitte die blazes kind aus den dings okay ich gehe in die decke habe ich ich las mal die kuh hier nein böse böse blazes böse 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 blazes okay nein oh das war knapp keine roppe geschichte ropes magma 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 umga cube oder ne hab ich nicht ah doch hab ich ne hab ich bin ich dings piggy pigman piggy he hvor piggy Ein Biggie trank. Oh, Miss Biggie. Glaubst du, ganz unten ist da irgendwas? Ich weiß nicht. Noch ein Bedrock? Noch ein Bedrock? 2.0. Ich denke nicht. Ist oben was? Noch ein Bedrock 1.0. 3.0. 5.0. Okay. Ach, die nehmen Damage. Ich glaube, unten ist nichts mehr. Schau mal, oben oben, was das ist. Boogie, boogie, boogie. Unten, 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 unten. Unten ist richtig viel. Es ist ein richtiger Raum einfach. Wirklich? Ja, ja, ja. Oh nein, das war ein Fehler. Oh, du bist so dumm. Hilfe. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich war oben drauf. Ich glaube, du bist untergefallen. Ich spawne immer unten. Okay, jetzt rein, 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 rein. Wir schaffen das, Leute, ja? Okay, okay, wir schaffen das heute noch den Lander. Hä, wie bist du da runtergefallen, wenn du die, hast du gefehlt? Hä, nee, ich hab' ich jetzt auf der Seite reingraben. Ich bin nicht da aggressiv. Den Pumpkin. Und dann ist das komisch mit Pumpkin. Oh nein, ich glaube, ich hab' den einzigen gutes Gelächsbord abwohnt. Wirklich? Nee, hier, mir ist, glaube ich, noch einer. Ja, bei mir ist noch einer. Ich habe Paper. Paper. Paper Mint. Genau, und wieder können wir machen, gell? Paper Mint? Paper Mint. Oh nein, du wirst das mal fehlen. Au! Ich hasse dich. Oh nein. Nicht abbauen, nicht abbauen. Schiebe mal, schiebe mal, schiebe mal. Ganz kurz. Er wolle nachlaufen gehen im Lander? Du, you're not leaving beneath. Oh, der guy is leaking. Okay, äh. Lass mal ganz oben. Ganz oben ist safe irgendwas. Ich wollte gleich ganz rauf gehen, aber du hast mich gebildet. Ja, okay. Warte mal. So. Experience Potions. Und Invisibility-Pferle. Ich hab' noch kein Dings. Glaubst du denn nicht? Ja, da ist es drinnen. Nee, oder? A Pumpkin? A Pumpkin. Hallo? A Pumpkin. Ich hab' keine Blöcke. Ich nehm' jetzt einfach weiter. So, Nader. Möchtest du irgendwie die, äh, Levitation Potion? Levitation Potion? Nee, hab' ich nicht gehabt. Hauptsache, zuerst alle Dinge. Oh, ich hab' ein Hund. Warte mal. A Woofer? A Woofer. A Woofer, Muffi. Oh. Allo, ich glaub, ich weiß, wo der Hund ist. Ich hab' mein Hund. A Woofer. A Woofer, a Woofer, a Woofer. A Woofer. Kann ich irgendwie seen? Oh, nein. It's in place. Oh, nein. Ja, so. Oh, mein Gott, sind da viele Pigment. Das sind dich- A A A A A Hallo. Äh, soll ich ihn schlagen? Ha. 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 Ja, wau. Okay. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Warte. Die gehen alle für mich, oh. Ohohoho. Warte, 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 Warte. Ich hab' ne HIT. Ich hab' ne HIT. Oh, es leckt. ich hab ein patch platziert jetzt hast du mich auch lass mich schlagen ich hab null knockback wenn ich es nicht ok ok das hat keiner glaub ich ist so brand? wirklich? was droppt sogar ist einfach alles explodiert ich hab so auch sogar schaden gerecht ok lass uns noch mal auf die decke hochgehen und nachher es ist alle in echtenwelt was? geh nicht ran geh nicht ran ok ok ich geh nach oben die nether dings gehen noch riesig weiter gell mach das gas achievement wir haben kein gas noch ich glaub ich muss warten bis der respawn ich glaub ich hab nach oben wenn der oben jetzt irgendwo ein place ist die echte welt wurde eingenommen sind die auf meiner burg drauf oder was? die sind sogar unten bei dem jumpblock oh ich hab's gerade gehört gell? ein jump sound glaubst du warte ich muss hier noch irgendwie eine fucklinie an ich hab keine fucklinie an eigentlich hab ich die night also eigentlich glaub ich die night vision passt eigentlich ich hör irgendwas ich hör irgendwas ich hör blazes oh lava ich hab lava mit holz zu bauen alles gut und wieder lava in lava riebte die nether riebte die lava viel schneller gell? ich komm immer näher ich kann nicht schief entwachen wo ich on a rail bin ok? mach 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 das ok so hol hol doch tatsache Oh nein, 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 oh Blют! Maafst du! Bitte, bitte. Hiel dich, hiel dich! Oh, ich bin grad vollgast in Lava gerannt. Ich hib' mich grad noch. Ich hab bei zwei Herzen, um eigentlich zu healen. muj meiii die Lava... Weil, die defensive Paste kommt nicht mehr aus der Lava raus. Eddi granana non hon 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 sua Äh, mein Charakter! Ja! Ehm, bei einem Halbem Herz hat's da aufgehört. Nice Schon, dass du den Ghast Achievements kriegst. Yei, warte mal. Return to Center. Bei mir ist grad irgend so was? Ich kann machen Brühe Portionen Ich kann machen Brühe Portionen Oho Böse 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 Ist irgendwas drinnen glaubst du? LOL LOL Hier sind Magma Blöcke Wirklich? Und ein Blaze Spawner Ich baue ein Blaze Spawner ab Unten steht Chess Oh nein Ich mach grad Brühe Portionen gefasst Kurze Sekunde Ok ich hab alles im Griff Ich hab dir unten wo der Skull Wo der Skeletten Skull Äh kommf Ja ich hab zwei schon Zuckerrohre Nice anha Können wir ein Ding eigentlich machen glaub ich Oh Ich nimm SoulSend mit Ja hier ist die SoulSend SoulSend So Wie bist du aus dem Brau ich glaub 5 oder? Ja glaub so 3 Ich hab Gas Ich hab Gas Ok das wird Ich hab Portion Ok ich ne bisschen Oh oh Ok mein kleines Problem Äh Lava Und alles grad abgefackelt Komplett mit Holz Alles verbrennt grad bei mir Egal ich muss einfach mit runter Ich hab Gas Oh Sir Sir ich baue ich nicht Ey wie lang glaubst du dort ist? Ich hab jetzt eine Achtung gemacht Oh ich wär fast runtergeflogen Aber komplett runtergeflogen Äh ok Flo mein kleines Problem Was ist? Rein theoretisch Oh oh Ok Gas 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 Ja Wirklich? Nice nice easy Ok Schau ich mach einfach die 103 und die Q Oh Sorry zu 300 Q Oh hallo Pigments Äh Oh hallo Ähm Ja Ah Oh du bist dumm Oh Es leckt Oh mein Spiel leckt Nein Flo 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 Ich pack durch Geh mal raus Ich pack ganz der Tuch Ich pack ganz der Tuch Flo ich pack ganz der Tuch Steig ein Es gibt kein Steig ein Ich platziere mal einen Minecraft Ich platziere mal einen Minecraft Ich platziere mal einen Minecraft Flo ich muss aussteigen Oh Woah Pfff Ok Flo äh Ich würd sagen wir schauen noch schnell in die Mine oder? Keine in die Mine Pfff Pfff Warte 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 Oh mein Gott Wollen wir Weathers Das schaut ultrassig aus Oh Ich hab mal ein Block Oh ich schaff die jetzt mich an Ich schaff dich nicht an Ich schaff dich nicht an Ähm Ich schaff dich nicht an Ich schaff dich nicht an Ähm Ich hab eine Idee Oh nein 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 Es sind alle Füße Oh nein Ok Jetzt Bezüge ich sie nicht Nein das ist eine Botte AHHHHH NEIN Warte 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 Clay Und zerfault No Haben die das zerstört Hast du das zerstört Zerstört Nein Oh Ich glaub es sind die Spawns Ich fiel Felix Peter einfach Ich hab viele Spawns gemacht Achso Ok lass uns irgendwie noch Irgendwie bisschen platzieren Lass noch in die Mine gehen Flo Wir brauchen das Wir brauchen das Wollen wir uns den Clay Complete Lass einfach mit Steinen zu baut Nein mit Dings Hey Leute wie sie so standen Die haben Goldblöcke Das Diamond Block Okay Diamond brauchen wir noch Okay Irgendwas ist gespawnt Ich hab keine Ahnung was gespawnt Wir haben die schlechteste Welt überhaupt Ja lass ihn Du hast ja einfach alles geflutet Gell Warte ich dich das waren die Pigmen Ja 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 Okay lass mal runter Leute In der Wasserrutsche Flo Komm mal runter Warte ich bau das Wasser zu Okay wie viel jetzt schief ins haben wir jetzt gemacht Hast du Lokal Brewery auch und das alles Brewery Oh Brewery Okay okay Das heißt wir gehen jetzt einfach hier runter Ähm Runter 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 Wir sind von der Wasserrutsche Komm mal runter Das ist richtig cool So Ganz easy piece hier Okay 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 Ähm So währenddessen wir grad runter gleiten Ich sag du hast noch 30 Punkt Job hier Französisch Merch Äh wer ist noch nicht weiß hier Ähm Jo meh Französisch Französisch Merch Französisch Merch Okay hier genau Flo warte mal Wenn das stimmt Flo 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 Ich glaub ich Ich glaub ich geh jetzt zum Zum Vieh Hi Warte mal Möchtest du wissen was das für ein Chester ist So Oh Efficiency 5 Flo bis Bis zum Also warte ich bin auch ein schon Wir sterben Flo Ne ich hab Wasser Oh nein Flo ist world butter Flo wir brauchen noch ein Achievement Wir haben alle ein Achievement Ne warte Wir brauchen noch ein Achievement Was brauchen wir noch Achievement Achievement Beaksfly Kannst du das schnell machen Okay und Wither Ne warte nicht The beginning Wither brauchen wir noch Ich hab ja Wither Können wir Wither machen eigentlich Ja komm ja Lass sie einfach in der Mine machen oder Nein wir brauchen jetzt Ender Dragon oder Ne wir brauchen jetzt Wither Oder Tatsache ich glaube wir brauchen jetzt The end The beginning Oh nein Okay was brauchen wir The end Locate the end Äh was brauchen wir noch Äh When pigs fly Äh so Flo ist jetzt irgendwie hier oben Denke ich oder Flo Ist Schweindal Schweindal Oh Okay Äh Oh ich hab grad den Dings Ein Pixel Okay Ich hab den Goldschirm bekommen Eigentlich soll es gehen Okay warte mal Wenn ich dich jetzt hochbauen Ich glaube die sind oben Ein Jumpblock Jumpblock Schau was hab ich bekommen Was ist das überhaupt sind das Papageien Ne was sind die Papageien Nein das ist ein Schweindal Nein das ist ein Schweindal Jetzt hör doch mal Jetzt hör doch mal Ich bin laut Ich weiß sie Ich stehe Flo Hier sind Eisbären Hier sind Eisbären Hier sind Eisbären Baby Hör Ich schlagen Lass den doch runterkommen Stirb Nein warte 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 Du musst einen Block mehr rappern Ooh Flo Ach Musst du runterkommen lassen Wo ist der Eisbär? Nein, ich kann nicht schlagen! Ich kann nicht schlagen! Okay, der Eisbär! Warte, warte, warte! Nein, Wasser! So, warte! Okay Warte, ich kann jetzt eigentlich rausgehen Ich habe jetzt genug Diamonds Diamonds? Warte, ich kann nicht rausgehen, ich muss den Weg freigraben Okay Und, wir haben genug Emerald Okay, was ist eigentlich gespawnt jetzt ganz dort oben? Weiß die Frage? Weiß ich nicht, geh mal hoch Ich würde auch jetzt sagen, das war's für die Folge Geh mal den Teleport hoch Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Warte, warte, warte Will it jump Und ich sag jetzt was für die Folge, ich will jetzt irgendwie, ich tippe mich noch schnell So Flo, oh Ein halbessen, hallo Du hast gerade getrunken Will it jump Okay, äh Wie kamst du sterben? Ah, ich habe die Rüstung bekommen Ich habe genau die Rüstung bekommen Ich habe die Rüstung bekommen Ah, ich habe die Rüstung bekommen Weißt du was? Die Bofen drin Nein, die Bofen ist drin Dann will ich jetzt sagen, das war's für die Folge Ja, lass den Like da, äh Irgendwann gedacht, äh Und äh, Flo schlag mich, äh Und tschau, psch Outro Outro Outro